Hallo, ah hey liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Titanfall 2 mit der etwas nervigen Blubberstimme, aber egal. So, unser Freund BT ist ja jetzt wieder reanimiert. Schön, diese matschigen Texturen, aber egal. Das klingt echt nicht gut. So, die nächste Saftzelle. Okay, dann gehen wir mal zu BT zurück. Secrets haben wir leider hier keine gefunden, aber egal. Das finde ich auch voll cool. Ah, da haben wir einen Funk mit gehört, alles klar. IWE-8 Automatik. Da ist ein Secret. Ah, okay. Können wir da wohl rüber? Okay. Huhu! An alle Überlebenden, in Ihrem eigenen Interesse sollten Sie sich ergeben. Sie wollen doch sicher lieber von unserer Infanterie gefunden werden, als von einem Fraulein-Reis, gebe ich euch. Und was für ein Ding? Unsere Position wurde geortet. So, jetzt nicht mehr. Okay. Knarre. So, kaputt. Amc Spear Drohnen. Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Neuralverbindung muss umgehend hergestellt werden. Installieren Sie die letzte Batterie. Das mache ich, Kumpel. Volle Energie. Yes. Wir müssen erst eine Neuralverbindung herstellen, Pilot. Bitte einsteigen. Okay. Äh, tap. E. Ups. Okay. Okay. Woh, woh, woh. Okay, Kumpel. Wackel, wackel, wackel. Protokoll 1. Mit Pilot verbinden. Stelle Neuralverbindung her. Neuralverbindung hergestellt. Schütze Jack Cooper. Sie wurden als Interimspilot von BT-7274 bestätigt. Alles klar. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Achtung, feindliche Einheiten nähern sich. Protokoll 3. Den Piloten beschützen. Initialisiere kritische Systeme. Vortex-Schild online. Der Vortex-Schild absorbiert Projektile und Raketen. Lassen Sie die Taste los, um absorbierte Objekte auf den Gegner zurückzuwerfen. Bam. Ahaha, cool. Ah, geil. Jetzt geht's los. Ahaha, scheiße. Verbindung abgeschlossen. Waffensysteme und Bewegungssteuerung reaktiviert. Yes. Komm, baby. Jetzt tanzen wir hier. Pilot, feindlicher Titanfall geordert. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bereit machen. Alles klar. Äh, war toll. Nur ein paar böse Jungs töten. Meine positive Einstellung kann jetzt nur helfen. Hehehe, alles klar. Gut. Miliztheiten, Chassis Nummer 7, 7274. Geschuss! So. Ah, cool. So, wo bist du denn? Nicht schlecht, Pilot. Nicht schlecht. Elektro, brauche ich gut. Einheiten zerstört. Gute Arbeit, Pilot. Unsere Kampfeffizienz hat sich erhöht. Yes. Pilot, ich orte weitere Bergungsteams der IMC. Unsere einzige Überlebenschance ist die Fortsetzung der Mission. Wir müssen zum Major Anderson. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Markiere hart. Wir müssen uns beeilen. Alles klar. Ach cool, wir können auch in der Hocke. Oh, voll cool. Hehehe. Gut. Dieser Titan, BT-7274, sagt, ich wäre ein Interimspilot. Keine Ahnung. Ob ich dafür bereit bin oder nicht, ich muss das hinkriegen. Sonst bin ich tot. Meine einzige Überlebenschance besteht darin, Lastimosas ursprüngliche Mission fortzusetzen. Das bedeutet, ein Treffen mit seinem befehlshamenden Offizier Major Anderson von der Special Raccoons Squadron SRS der Miliz. Noch 60 Klicks. Alles klar. Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Alles klar. F1. Ah, cool. Kann auch noch die Waffen beändern. Alles klar. Die XO-16. Waffen können wir gerade nicht ändern. Oh, so ein Ding selber zu Hause haben. Wir haben hier unten schwere Verluste. Erfitten bringt Unterstützung. Wir haben schwere Verluste. Lieutenant Anderson. Alles klar. Annie, wir passen. Wir kommen. Klingeling, klingeling, klingeling. Klingeling, klingeling. Klingeling. Zählte irgend-onee Woah-nah-nah-nah. Ja. Klingeling. Fasto! Das Testro schießen, du bist noch jeser. Ja, ja, das ist sie da. Komm her, Tony! 12.00, mein Taten brennt. Sein Taten verstirrt. Erledigt. Na komm. Jetzt wird's ihm nur noch Asche, mein Freund. Psst. Volle Energie, alles klar, voll gut. Ah, noch einer. Sprengsystem aktiviert. Sprengsystem aktiviert. Was, 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 was? Was? Psst. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ah, geh, 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 geh. Scheiße. Schillt hier. So, hier müssen wir. Aus der Gefahrenzone. Tschüss. Sprengsysteme rein. Feindheiten zerstört. Ah, Batterie. Erlemit. Ah, V. Alles klar. Nachladen. Ist da noch wer? Da fliegen den Raketen. Hast du den Verlauf, Pilot? Ich zeig dir den Weg. Oh, was war hier? System aktiviert. Das war's, Monarchy. Deine Toten. Feindheiten zerstört. Die Batterie holen. Ich hab Energie. So. Okay, der Kollege, der läuft natürlich ein bisschen schwergängig, aber Tschüss. Der Kollege läuft zwar ein bisschen schwergängig, aber ist voll cool. Nein? Wie kann ich, wie kann ich Wie kann ich hier raus? Ah, okay. Mit E. Ups. Rein mit dir. Zack. So, Heubert. Stopp. Ach, da sind ja auch noch Batterien. Neuer Ballermann. Alles klar. Toll. Eine neue Titan-Waffe wäre hilfreich. Korrekt. Die IMC verfügt über hochentwickelte Titan-Waffen, die unserem Erfolg zuträglich sein werden. Mit dem Tone-Load-Out können wir Gegner erfassen und mit Ziehsuch-Raketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen. Äh, Tone. Yeah. Alter, was ist das denn für ein Teil? Mama. Okay, es gibt hier ein Secret, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Da würde ich gerne hin. Sekunde. Kläger, lass mich mal raus. Komm ich da, du dich. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, Kumpel, toxischer Schlamm. Für extrem, äh, für Lebewesen extrem gefährlich. Schön. Das hochentwickelte Design dieser Titan-Waffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Ah, kommt da. Ist wohl jemand verliebt? Bist du etwa verliebt? Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt. Fazit, ich bin zu 50% verliebt. Mit dem Tonloadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Cool. Ich bin so 50% verliebt. Oh Mann, wie komme ich da an das Secret ran? Voll gemein. Okay. Digga, lass mal nach. So, shoot. Okay. Cool. Okay. Guck mal, mein Schild. Oh, das Ding ist auch ganz cool. Äh, was heißt V? Oh, der liegt noch in der Hand. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Gewuss. Okay. Da lernen wir auch mal die verschiedenen Loadouts kennen. Voll gut, aber ich nehme mal das andere hier. What's? Jetzt hier noch ein paar Ziele. Voll cool. Okay. Zum Verlassen eh halt. Alles klar. Okay, Gubbel, du hörst, äh, du passt auch hier auf. Halt mich ja die Auflaufen! Okay, feindlicher Seiten an den süßlichen Wasserabhängen. Hör mich, 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 Feuerstern. Okay, werfen wir den gleich mal. Hey. Cool. Lenden Sie mal an. Oh! Ah, cool. Ich habe ja vergessen, dass ich da, ne? What's? Ah, ihr gebt mir auch Feuerschutz. Das ist voll cool. Ich habe ja noch ein bisschen mit dem Visier, aber ich bin eben die Flatline. Kann ich mir nicht so einen Anzug anziehen? Und tschüss. So. Gut. So. In der Fresse. So. So. In der Fresse. So. 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 und weiter schön in der fresse er ist aufhören zu schießen wenn sie wenn alles tot ist unser vormarsch durch diese anlage wird durch ein flussregulierungstor blockiert in der nähe sollte es eine bedienung solle geben gut okay ich lab lieber mal nach wer weiß ob wir nicht überrascht werden von hier gut wartungsüberbrückung aktiviert öffne flussregulierungstor die druck schleuse hat sie im kontrollraum eingeschlossen pilot sie müssen einen anderen ausgang finden wir müssen uns trennen klingt riskant alles klar okay ich suche einen ausgang ein nahegelegener ausgang führt vermutlich tiefer in die anlage hinein ich verfolge ihre position schlage vor sie suchen einen ausgang alles klar bt du aber auch verstanden pilot fühlt sich irgendwie so klein wenn man in die hocke das ist kein großer unterschied schätzchen komm her doch wir nehmen uns mal ein feuerster mit und du liebe scheiße ist das ein riesen teil wieder geiler zähler an die der geiler zähler an Hey, Kumpel. Kaputt. Äh, wer war das? Wer war das? Lade Daten. Kane. Söldner mit Verbindung zu den Apex Predators. Bekannter Drogenabhängiger und Händler. Hm. Bringt der Vertrauensher weg, Kind, der Typ. Huch, huch. Hey, was ist mit Halo? Wir sollten uns doch auf den Hof, oder? Halte ich am besten von dem Fernmann. Hain ist unser Recht, Mann. Rotten. Wir sollten das scheißige AW natürlich. So. Bist du geschlechter Schützer, Junge? Munition einsammeln? Gibt es hier noch jemanden? Uppsala. Ach, Mann. Ich wünsche, ich hätte meinen Großen wieder. An alle verbleibenden Militseinheiten. Nur, dass ihr es wisst, dass ihr es Keynes reich. Ihr dürft gerne bleiben, bis er euch getötet hat. Was übrigens nicht lange dauert, sagt er. Hey, Kumpel. Ciao. Oh, Mensch. Okay, zum normalen Zielen ist das Ding blöd. Tschüss, bret, Mann. Oh, tschüss. Tschüss. Oh, hier, Mann. Oh. Oh. Ihr Raccoon 3, neunte Militflotte. Wir werden in der Aufbereitungsanlage aufgehalten. Ihr MC hat neue Richtlinie des Infantry. Wir setzen uns in der Falle. Pilot, ich autovermündete Miliztruppen ganz in ihrer Nähe. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Äh. Oh, das geht wohl. Scheißblech, Mann. Hull. Jupsa. Ach, Mensch. Das eine Secret, das können wir leider nicht mitnehmen, den einen Helm. Zahlstück BAP. Hey, cool. Ein verbündeter Pilot. Käpt'n, wir haben uns den Beliebspiloten geschickt. Feuer einstellen. Er gehört zur SRS. Moin, Jungs. Yes. Sergeant BAP. Bob. Moin, Kollege. Tut gut, seien Piloten zu sehen, Sir. Unser Spot hat echt was abgekriegt. Wir könnten Hilfe brauchen. Alles klar. Ist aber schlecht abgesichert hier. Okay. Okay, süß. Ciao. Hey. Allstar. Neue Knarre. Geil. Wer damit. Versteigung auf 6 Uhr. Nur noch Zeit. Kommt sie, Feuer frei. Sie kommt durch die Blatt. Oh Gott. BT, ich könnte deine Hilfe brauchen. Dann geh'n der mal. Oh. Ist das denn so ein Selbstlader? Oder was? Hey. Klick, klick. Nehmen wir mal Splitter-Ganner. Die kann ich besser gebrauchen als die anderen. So. Da ist er. Ähm. Wo muss ich hin? Achtung. Den Unterabteilung 3A hat ein toter Prowler. Umgehend beseitigen. Was? Ein toter was? Oh Gott, oh Gott. Geil. Au. Nein. Nein, 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 nein. Mist. Alles klar. Liebe Freunde, ich mach' an dieser Stelle erstmal ne kleine Aufnahmepause. Und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Tschö. Tschö. Tschö.